Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu verrichten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Seit Aschermittwoch befinden wir uns auf dem Weg nach Jerusalem. Nach dem Ende der Weihnachtszeit haben wir dich, o Herr, auf deinen Wegen durch Galiläa begleitet. Wir haben miterlebt, wie du deine Jünger berufen hast, wie du deine ersten Wunder gewirkt hast, wie du die Botschaft vom Reich Gottes verkündet hast. Jetzt hast du deinen Weg nach Jerusalem begonnen, den Weg, an dessen Ende dein Einzug in Jerusalem steht, das letzte Abendmahl, deine Verhaftung, dein Leiden und Tod am Kreuz. Aber auch deine Auferstehung am ersten Tag der Woche. Für dich ist dieser Weg der letzte Abschnitt deines Lebens als Mensch unter uns Menschen. Du weißt, was auf dich zukommt. Und du hast es deinen Jüngern angekündigt, was das Ziel deines Weges nach Jerusalem ist. Es ist Endzeit. Und so hören wir auch heute den Evangelisten Matthäus, der uns eine deiner Endzeitreden überliefert. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Diese Worte aus der Liturgie der Ausstellung des Aschenkreuzes begleiten uns durch die Fastenzeit. Die Worte erinnern uns daran, dass unser menschliches Leben auf Erden endlich ist und dass wir alle dem Gericht entgegen gehen, wenn du wiederkommst am Ende der Zeiten. Unsere Zeit auf Erden ist begrenzt. Und es gilt, diese Zeit gut zu nutzen. Solange wir jung sind, scheint die Zukunft grenzenlose Möglichkeit zu sein. Aber je älter wir werden, desto mehr müssen wir erkennen, dass das Ende unweigerlich auf uns zukommt. Und dann wird deutlich, dass jeder Augenblick zählt. Du, Herr, gehst deinem irdischen Ende entgegen und lässt deine Jünger nicht im Unklaren darüber, was es bedeutet, wenn du am Ende der Zeiten wiederkommen wirst. Deshalb nennst du uns die Kriterien, nach denen wir am Ende gewogen werden. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Sofort denke ich an die Geschichte des heiligen Martin. Dieser hatte vor den Toren der Stadt Amiens an einem kalten Wintertag seinen Offiziersmantel mit einem armen, unbekleideten Menschen geteilt. Diese Geschichte wird bis heute zu seinem Namensfest am 11. November immer noch gerne als Mysterienspiel aufgeführt. Leider enden diese Spiele üblicherweise mit der Teilung des Mantels. Wobei das Wesentliche der Legende unterschlagen wird, dass du, Martin, nämlich in der Nacht darauf im Traum erschienen bist, bekleidet mit der Mantelhälfte, die Martin dem Armen überlassen hatte. Am Anfang des Glaubens steht die Begegnung mit dir. Ohne dich gibt es keinen Glauben. So erkennt Martin, dass er mit seinem Akt der Nächstenliebe tatsächlich auch einen Akt der Gottesliebe geleistet hat. Unser christlicher Glaube ist kein Moralismus, keine Ideologie, sondern die Erfahrung, dass du mir das Geschenk deiner Liebe und Zuneigung machen willst. Aber Liebe und Zuneigung sind Kategorien menschlicher Beziehung. Und Beziehung funktioniert immer nur wechselseitig. Eine einseitige Beziehung ist stets mit Schmerz und Leid verbunden. Mit deiner Menschwerdung, deinem Kreuz und Leiden, das du eben auch um meinetwillen ausgehalten hast, bist du auf unüberbietbare Weise in Vorleistung getreten. Ich kann mich jetzt nur bemühen, darauf eine Antwort zu geben. Und die Antwort auf eine Liebe, die mir geschenkt wird, kann dann ebenfalls nur Liebe sein. Wie aber kann ich dir meine Liebe schenken? Die heiligen Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas, deren Gedenktag die Kirche heute feiert, haben Immatyrium dir ihr eigenes Leben geschenkt. Sie sind dir treu geblieben, obwohl sie ihr eigenes Leben hätten retten können, wenn sie dich verraten hätten. Als Katechumenen in der Taufvorbereitung wurden sie verhaftet, wichen der drohenden Hinrichtung aber nicht aus, sondern empfingen noch im Kerker die Taufe. Sie starben am 7. März des Jahres 203 im römischen Kartago. Im Glauben treu zu sein bis zum Tod ist sicherlich ein nicht mehr zu steigern das Zeichen der Liebe zu dir. Aber es gibt auch eine Liebe vor dem Tod. Herr, wenn ich dir meine Liebe zeigen will, dann ist der erste Schritt dazu, deinen Willen ernst zu nehmen und mich nach Kräften darum zu bemühen, ihn auch zu erfüllen. Wenn du mich aber so sehr liebst, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dann muss ich erkennen, dass du mit derselben Liebe auch dem Menschen an meiner Seite zugetan bist. Dann bedeutet dich zu lieben, dass ich auch den lieben soll, der auf dieselbe Weise von dir geliebt wird wie ich. So kann ich es verstehen, wenn du sagst, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder nicht getan. Du beziehst dich auf Werke der Barmherzigkeit, Kranke besuchen, Hungernde speisen, Nackte zu bekleiden. Es kann mir nicht gleichgültig sein, wenn jemand, den du genauso liebst wie mich, unter einem Mangel leidet, dem ich möglicherweise abhelfen könnte. Daher ist es naheliegend, dass du die Ernsthaftigkeit meiner Liebe zu dir an diesem Maßstab messen willst. Du gehst nun nach Jerusalem, um dort zu sterben. Weil ich dich liebe, begleite ich dich auf diesem Weg. Aber mit mir gehen all diejenigen, die du genauso liebst wie mich. Herr, gib mir die Kraft der Liebe und der Barmherzigkeit, damit ich diesen meinen Brüdern und Schwestern so begegne, als ob ich dir begegnen würde. Auf deinem Weg nach Jerusalem begleitete dich auch deine Mutter. Sie ist bis zum letzten Augenblick unter dem Kreuz bei dir geblieben, weil sie dich liebt. Ich weiß, dass sie auch bei mir bis zum letzten Augenblick meines Lebens aushalten wird. Und wenn ich in meinem irdischen Leben dich mal in meinem Nächsten übersehen sollte, dann möge deine Mutter mir zur Seite stehen und mich davor bewahren, es dir gegenüber an behammer Herzigkeit fehlen zu lassen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.